Die Polizei macht hier vereinzelt Jagd hier auf Leute. Schlägt da die Leute! Also sehr friedlich die Leute hier alle. Die Polizei geht einfach rein. Knüppeln Leute weg hier. So, wie wir gehört haben soll die Demonstration jetzt in die Straße reingedrückt werden. Die Polizei eskaliert hier massiv. Schlägt auf Leute ein. Von hinten rücken auch noch Polizeikräfte nach wie man sieht. Also das ist hier diese ST210. Der Trupp ist hier ganz hart reingegangen. Hat einzelne Demonstrationsteilnehmer geschlagen. Hey, 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 hey! Aufhören damit! Hey, 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 hey! Aufhören damit! Ja, Leute werden hier rumgeschubst wie die Tiere. Ja, hey, hey! Hier ist kein Klo, Leute! Ja, das muss man auch! Ja, das muss man auch mit dem Diager bergern. Wir machen rein! Wir machen rein! Wir kommen rückwärts zurück! Wir gehen rückwärts zurück! Ziehen wir rückwärts zurück! Siehe auf! Jetzt zieht mal hier die Kette auf! Kette aufzieht! Bitteschön! Macht euch allein! So, die sitzen jetzt alle auf, haben ein bisschen umgeprügelt und jetzt fahren sie wieder weg. Vielen Dank.